Hallo allerseits, ich bin es wieder, euer FiliFlex. Oft ist es bei dem Kauf einer neuen Kamera so, dass ich abwäge, inwiefern das neue Stück mein Equipment komplementiert. Ich wäge dann ab, ob es sich lohnt oder nicht. Aber manchmal ist es bei Kameras auch so, dass man sich einfach einen Traum erfüllen will. Und einer dieser kameragemachten Träume, der mir schon seit langem feuchte Nächte beschert, ist eine Polaroid der 100er Serie. Also eine Peel-Apart-Polaroid mit Trennbildfilmen. Und obwohl diese Trennbildfilme schon seit ein paar Jahren nicht mehr produziert werden, Fuji hat die letzten produziert, und es daher nicht gerade leicht ist, den Film zu bekommen, habe ich mir diese Kamera jetzt nun endlich gekauft, einfach nur um sie einmal im Leben ausprobiert zu haben. Und vielleicht meinen Enkeln dann davon zu erzählen. Ja, Polaroid 100er Serie. Man zieht das Polaroid noch eigenhändig aus der Kamera heraus und negativ und positiv sind zusammen. Man wartet dann ca. zwei Minuten, kommt auf die Temperatur an und zieht die Bilder dann auseinander. Das heißt, man hat negativ und positiv getrennt. Ich habe nicht nur die Kamera gekauft, ich habe auch einen Film von Fuji gekauft. Wie gesagt, abgelaufen, weil er auch nicht mehr produziert wird. Aber ich wollte es einfach einmal ausprobieren, bevor die Preise weiter steigen und vor der Kauf dann gar nicht mehr gerechtfertigt werden kann und die Preise meine Schmerzgrenze überschreiten. Es gibt verschiedene Varianten von dieser 100er Serie. Grob gesagt, manuelle und automatische Versionen. Die besten sind die 180er, 185er, 195er Serie. Die sind völlig manuell und haben auch bessere Optiken, also lichtstärkere Optiken. Die 100er, 250er, 350er und 450er Serie sind auch sehr gut, aber sind automatisch. Man hat weniger Einstellmöglichkeiten, aber die sind mittlerweile schon sehr, sehr günstig zu bekommen. Ich wollte eigentlich gerne die 250er Serie, aber ich bin dann über eine 350er gestolpert. Das Lustige war, die kam dann direkt in so einer Tasche hier. Sieht aus wie so eine Hermes-Tasche. Ja, und das fand ich schon relativ sexy, obwohl ich wahrscheinlich nicht damit rumlaufen werde. Eigentlich was sehr Praktisches gibt, und zwar ist es hier ein Timer. War damals halt sehr praktisch. Ist es momentan leider nicht, weil die Batterien nicht mehr zu bekommen sind oder sehr schwer. Und deswegen muss man eine kleine Operation vornehmen, um handelsübliche AAAs zu benutzen. Aber die nehmen mehr Platz weg, das heißt, man kann nur Batterien für den Verschluss einsetzen. Aber die Batterien für diesen Timer hier, das passt dann nicht mehr ins Batteriefach. Und von daher muss man dann auf den verzichten. Was an der Serie besser ist, als an der manuellen, ist dieser Finder hier von Carl Zeiss. Aber diese Scharfstelle mit den zwei Fingern ist etwas eigenwillig, aber warum nicht? Übrigens ist einer der Gründe, warum ich so vernacht in diesen Kameras bin, ist eines meiner Lieblingsfotobücher. Das andere ist auch gut, aber das habe ich hier. Und zwar ist es dieses Buch hier, was mich halt schon sehr, sehr lange dazu begeistert hat, Polaroids zu schießen und... Ach, was ist das gar nicht? Und zwar das hier von Helmut Newton, Polaroids. Ich weiß, es ist kein Geheimtipp, ist wahrscheinlich vielen bekannt. Also nicht, dass jetzt irgendwie ein komisches Sehen von Leuten, die in Alaska Kühlschränke fotografieren. Aber ja, ich finde dieses Buch sehr, 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 sehr geil. Ich weiß nicht, ob ich das hier noch so zeigen darf. Aber auch das ist mein Plan. Das ist sozusagen mein Ziel mit dieser Kamera. Ich möchte ein paar weibliche, sekundäre Geschlechter... Mit dem türen. Das ist mein Ziel mit dem Türen. Wenn der von uns kleines Lärm steigert, Ich möchte ein paar Weibliche, bis ich übernehmen mit dem Türen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.